Let's Play Mafia 3 Schön, dass du wieder mit dabei bist Und wir nehmen uns jetzt Merle Jackson vor Ein ziemlich fieser Hund, wie wir ja schon gehört haben Aber gucken wir mal Wie das gut geht Ob das gut geht Ich schätze mal, dass wir dann unsere ersten Kohlen damit verdienen Hallo, Gras hat's wieder anders angezeigt So, jetzt Und hoffen wohl, dass ich nicht sterbe Weil ich bin jetzt zu faul noch Zum Tresor zu gehen oder sowas Um meine Kohlen zu sichern Du kannst jetzt deine Verbündeten mit Ja, ja, das weiß ich Den Waffenman rufen wir nochmal Weil ich glaube, hier werde ich jetzt nicht so viel rumschleichen Das ist manchmal ganz okay Aber jetzt habe ich ein bisschen Bock auf Action Okay, zeig, was du auf Lager hast Waffenverbesserungen Zurück Was haben wir für Pistolen Die ist ausgerüstet 240 für Munition Die nehme ich mit Stopp Automatische Waffen Die haben wir ausgerüstet Da ist die Munition voll Ich glaube, Waffen brauchen wir uns jetzt noch nicht wirklich kaufen Brauchen wir da irgendwas Der ist voll Ist auch voll Ich hoffe, du bist zufrieden damit Du Vogel Aua So Kann immer noch nicht glauben Dass einer dieser schwarzen Scheinend konnte ich aber auch einfach so durchlaufen Ich dachte nach Sammy hätten sie es kapiert Die Ansässigen wollen bloß zeigen, dass sie angepisst sind Außerdem sehe ich im Moment können von ihnen Ich habe gehört, dieser eine ist nicht aufzuhalten Ist ein schwarzer Dämon oder so ein Scheiß Hehehe Ah, sie reden schon über uns Sie haben Angst Na, die mache ich so fertig Das da hinten ist wahrscheinlich wieder Medizin, wa? Ah, er hat ganz schön aufgestockt hier an Leuten Respekt Super, da komme ich nicht raus Ich höre wohl schon Stimmen So, wo ist er? Hab gehört, er hat nicht nur alle Mädels erwischt Er hat auch noch Doc umgelegt Ja, der war mausetot Scheiße Doc wird umgebracht Die Zuhälter da draußen werden umgebracht Merle kriegt bestimmt einen Herzinfarkt So angepisst ist er Bloß ein Nigger Wie zäh kann der schon sein? Wenn er zurückkommt, machen wir ihm Feuer unterm Arsch Dann mach mal Um ein Geschäft zu übernehmen Schalte seinen derzeitigen Boss aus Rufe dann auch einen deiner Unterbosse an Damit er Verstärkung schickt, um das Geschäft zu sichern Erledige Merle Trigger Jackson, um seinen Prostitutionsring zu sprengen Noch einmal Wie konnte ein verdammter Nigger unbekümmert hier durchspazieren? Sag's mir Äh, tut mir leid Merle Aber ich war nicht mal hier Ich sag's dir ja bloß Der Penner hat einige unserer besten Mädchen mitgenommen Die hätten einen Kürbis durchhalten Ich hab mich festgenagelt So, Schluss mit dir Achso Muss ich da drücken, oder was? Hä? Ah, gedrückt halten Und? Was willst du machen, Nigger? Das Bei Merle Pearls Noch Club Screaming Zemi X2 Zwei Screaming Zemis werden deinem Gepäck hinzugefügt Aktuelles Einkommen Plus 30.000 Den Boss kann man auch verschonen Screaming Zemis in Wurfgeschoss zum Ablenken Sagt bei Abergläubischen für volle Unterhosen Verbesserungsverlauf Unsinn Was ist das denn? Ah, okay Ja, wir haben ja nur Cassandra Also weisen wir es ihr zu Diese Redneck Penner sind raus aus Pearlers Laden Sag deinen Leuten, sie sollen ihn sichern Gut Ich schicke ein paar Leute rüber zu dem Laden Wenn du die Dixi-Schweine aus der Kirche verjagst Dann muss Ritchie reagieren Ah Fat 8 8 9 1966, nach dem College, fing ich beim FBI an. Chicago war meine erste Station, aber 68 ging's dann Richtung Süden. Ich war dort bis 1986, da wurde ich befördert. Ich wurde stellvertretender Leiter der Abteilung für organisiertes Verbrechen und blieb beim FBI bis 99. Es gibt so viele Geschichten über Cassandra. Cassandra, ähm, wurde als Kind gekidnappt, getötet und von einem Voodoo-Priester wiedererweckt. Oder hier, ihre Schwester wurde vergewaltigt und getötet. Sie erschoss ihren Vater und warf seine Leiche ins Moor. Man weiß nicht, was davon stimmt und was nicht. Finde ich immer ganz nett, so diese Interview-mäßigen Sachen, die sie einblenden. Vor einem vollen Haus zu spielen, vor Leuten, die deinen Groove spielen. Besichert, warte auf Donnerwände. Verschreiben, wie das war. In frühen Jahren haben die Jungs und ich in der ganzen Stadt gespielt. So drei bis viermal die Woche. Haben nie viel Kohle gemacht. Verbündeten Screaming-Semi, ein Wurfgeschoss verabschieden. Okay. Benutze die Screaming-Semi, um eine Gruppe Gegner zu ihrer Position zu locken. Die ersten paar gehen aufs Haus. Nachschub gehörst du ab sofort beim Waffenhändler. Geh zum Ziehen gedrückt halten und zum Werfen. Okay, jetzt habe ich die ausgewählt. Aber jetzt brauche ich sie ja erstmal nicht. Die Gemeinde braucht diesen Ort, Mr. Clay. Einen Ort, an dem die Leute ihre Sorgen vergessen und ein bisschen Spaß haben können. Ich war niemals das, was man einen guten Vater nennt. Oder auch einen guten Ehemann. Was sagt denn das? Nicht, weil ich geprügelt hätte oder so ein Mist, sondern weil ich zu viele Nächte draußen auf der Straße war. Man kann keine Zeit mit der Familie... Ich frage, was ist das jetzt? Wird es jetzt umfunktioniert? Was zeigt sich jetzt eigentlich alles an auf der Kette? Nicht viel, okay, warten wir auf unseren Donovan-Kumpel. Mach mal so. Also die Kameraführung beim Fahren ist richtig, richtig gut. Gefolgt mir. Wenn es dann, wenn man da so rumfährt, wenn die Kamera mitschwenkt, das passt. Macht es auch irgendwie leichter zum Fahren. Und wir warten wieder. Hey, das ist ja eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen? Ja. Das Heroin, das von der Dixie-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie-King-Kate. Aha, und alle anderen Dealer der Gegend rücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem. Du wirst ihm Druck machen müssen. Ich kenne ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixie-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig ums Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für du, wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. New Baudot läuft über ein normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abhörsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend zu laufen. Mhm. Hast du noch mehr davon? Leider nein. Nein. Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Uh. Aber wenn du mir ein paar auftreibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Scheiße, Verfluchte! Wenn diese Arschgeigen unbedingt unter Kommunistenschweinen leben wollen, warum ziehen sie da nicht einfach nach Moskau? Wenn du mehr so Plakate siehst, bring sie mir. Scheiß drauf. Nimm das nicht so ernst. Das sind totale Wichser. Beschissene Verräter. Ja. Wir sehen uns, wenn wir uns Charlie schnippen. Und du hast nichts zu erfassen. Der Dreck schweiß in meinem eigenen Land. Scheiße. Verwandte die First Baptist Church. Um Geschäfte zu verwandten, brich Verteilerkästen auf, die überall in der Stadt findest. Geschäfte zu verwandten, hilft Donovans Sonderziele zu finden, Positionen von Sammlerobjekten auf der Karte zu markieren und dir unbekannte Gegner in der Informationsansicht zu zeigen. Außerdem kannst du dadurch Geschäftsbosse abwerben. Das hat so ein bisschen was SS-S-S-S-Creed-mäßiges jetzt. Durch Abhören erhölzte Positionen der Gegner auf der Milikarte, Sonderziele und Sammlerobjekte. Es ermöglicht dir zu dem Geschäftsbosse anzuwerben und dadurch mehr zu verdienen. Sobald ein Stadtteil verwandt ist, kannst du dort alle Gegner in der Informationsansicht sehen. Auch hinter Ecken oder Mauern. Um die derzeit verwandten Geschäfte zu betrachten, erst Tabulator drücken, um den Startplan zu öffnen und dann Abhörzonen ein-aus-anklicken. Um Abhörgeräte in Verteilerkästen einzubauen, brauchst du TL49 Sicherungen. Sammle solche Sicherungen, die in ganzen Juke Bordeaux herumliegen. Ah ja, die habe ich ja schon. Ich lege mich gerade mit der Geist davon. Ja, trink aber. Schade Vierfinger, Charlies Heroin-Geschäft. Obhörzonen. Ein. Ah ja, also das hier ist quasi jetzt abgehört. Was ist das? Donovan hat überall in Bordeaux seine Augen und Ohren. Derzeit bargelt in der Brieftausche, lagert es unten im Tresor ein. Ich sollte es vielleicht wirklich mal machen. Sternagel voll. Jetzt muss der Giorgio erklären, wie sein Mann der Zuhörer ist. So eine Scheibe. Wo ist mein Auto da? Hey Mann, wo ist mein Auto? Boah, die Lichtkulisse. Ich finde es super. Das gefällt mir so gut. Das gefällt mir so gut. Ich hab dich aber auch nicht geblieben. Ich habe mich wieder von einem Thompson-Semenn-Geschäft. Das gefällt mir so gut. Ich werde dich Lance-Geschäft. Ich habe mich in eine lange Zeit. Ich werde dich. Ich werde dich. Ich werde dich. Ich werde dich. Er ist schon mal in dem Locken haben. Ich werde mich in der Brieftausche. Komme ich da jetzt wieder normal rein, weil das Fenster ist ja jetzt auch wieder zu. Jo, sieht gut aus. Okay, kein Bauköln mehr dabei. Alles schön. Jetzt kann ich auch ruhig mal sterben. Die Frage, Charlie Stealer, machen wir. Also gleich ums Eck. Boah, blendet das. Ich sehe echt nichts mehr. Verhöre Informanten, um Informationen über illegal Geschäften und ihre Bosse zu erhalten. Damit ein Informant ausparkt, was er weiß, isoliere ihn vom Rest seiner Crew oder jage ihn zu seinem Auto und fahre wie ein Verrückter. Nachdem du einen Informanten vorhörst, kannst du ihn entweder töten, um etwas Geld zu verdienen oder ihn anwerben, was den Wert des Geschäfts erhöht, sobald man sich überprüfen hat. Ich muss rausfinden, wo dieses Geräusch herkam. Ich werde diese Geräuschquelle ausfindig machen. Das sind ein paar Doofel. Brauche ich noch eine? Was treibt vier Finger da in der Kirche? Drüben an der Kirche gibt es jede Art von Drogen. Wenn ihr sie zerstört, verliert der Boss eine ganze Menge Moos. Ah, wir werben den mal an. Gute Nacht, du Asse. So schnell ihr könnt. Ab los, ab hier. Okay, und jetzt? Was sagt das Spiel jetzt? Vernichtet aus Heroin in der Kirche, um den Drogenhandel zu schaden. Ab los, ab hier. Ich bin ja mal gespannt, wie das so weitergeht. Im Moment habe ich das Gefühl, dass ich gerade so ein bisschen das Gleiche immer wieder mache. Im Moment hat der, haben die da Kops? Au, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Komme ich hier irgendwo drüber? Aha! Und warum ist hier... Warum kann ich hier aufmachen? Hat das irgendeinen tieferen Sinn, dass da immer wieder die... Türen aufzumachen sind? Nee. Oh. Oh, shit. Holt ich doch gar nicht. Verdeckte Annäherung. Durch eine verdeckte Annäherung kannst du dich ungesehen an Gegner vorbeischleichen. Bevor du dich in deinem Kampf stürzt, benutze die Informationsansicht I, um Gegner und interessante Stellen auszuspähen. Und dann hole ich mir doch die Weste. Und die Moneten. Und die Moneten. Guck, guck, guck. Weiß einer, was hier los ist? Oh, toll. Das ist der Armguck draus. Der sieht mich bestimmt nicht. Oder? Doch, der hätte mich sogar gesehen jetzt. Guck an. Mann, sahst du blöd aus. So, dann wäre der Wachpost dann schon mal weg. Da kommt man noch hoch irgendwie, wie es aussieht. Ah ja. Wer bunkert denn hier oben Gölz? So, dann gucken wir mal. Kommt doch einer. Wo kommt der jetzt hier? Okay, der hört's nicht. Jetzt hab ich keine solchen blöden Scheißdinger mehr zum Werfen, oder? Nein, Mist. Mist. Nacht und Regen. Irgendwie stehe ich voll auf sowas. Oh. Wer weint denn da? Scheiße, ich wäre wohl billiger gewesen. Na klar, wenn Doreen das Spitz gekriegt hätte, hätte sie mir die Eier abgeschnitten. Sei nicht traurig. Weinender Mann, den ich nicht sehen kann. Okay, 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 okay. Haben wir hier noch mehr? Haben wir hier noch mehr? Anscheinend nicht. Einmal schloss knacken. Sonderziele sind Mitarbeiter und Einnahmequellen eines Geschäfts. Eliminiere sie, um den Geschäften zu schaden. Solche Sonderziele werden auf klein auf deiner Karte mit dem Symbol ihres Geschäfts markiert. Jedes Sonderziel besitzt Informationen über seinen Schwierigkeitsgrad, den Schaden, den du mit ihm dem Geschäft zufügen kannst, und deine finanzielle Belohnung. Schau dir das Ziel auf den Planern und wäge bei deinem Angriffsplan erst das Risiko und nutze gegen einen da ab. Achtung. Entschuldigung. Jo, weg da. Hier wird's gleich ungemütlich. Long live Dixie. Nicht mehr long. Oh ja, da liegt der Batzen Gold. Den wollte ich haben. Oh shit. Mist, da haben mich jetzt diese anderen verraten wahrscheinlich. Ach ja? Ich lieg am Boden wie ne beschissene Flunder. Ich hab keine Kugeln mehr. Ja, weil du ein Dead bist und irgendwie rumschießt ohne was. Seh mal, was du findest. Oh, da ist ein Wachposten, glaube ich. Wer ist noch hier? Wer schießt? Wer, wer, wer sieht mich denn da? Ah. So. Machen wir doch mal kaputt. Oh, dieser Revolver ist der Hammer. Ein Schuss und das Ding ist kaputt. Das ist bezweifelt, dass ich mit der Stoßstange das ganze Heroin einfach so kaputt machen kann. Mich wirst du nicht los, Junge. Doch. Hab ich grad gemacht. Was ist denn da für... Was zeigt sie mir da blaues an? Was ist denn das? Ah. Vargas Gemälde. 4-4. Der Revolver ist einfach nur mega. Ich will nie wieder ohne ihn sein. Wie konnte ich bisher nur ohne den Leben? Ich will aber jetzt auch noch da reingehen. Genau deswegen. Aha. Dann... hab ich wo alles. Guten Abend, guten Abend. Pass auf! Wie war dein Tag? Wie geht's? Ha, super. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Offenlich gibt es nicht wieder eine Überschwemmung. Ja, da schau her! Ja, Austin. Wo ist mein Auto? Wer parkt denn da hinter mir diese... Ach, da haben die Rednecks jetzt hinter mir geparkt. Ich find die Gesundheitsanzeige und so weiter ein bisschen... ...mäh gemacht. Das ist... Oh, hier gibt's lauter Sammelzeuge überall. Ich will das haben. Oh, hier haben wir einen Playboy. Wir haben einen Playboy. Und einem Playboy ist es immer wert, geholt zu werden. Wo ist der Playboy? Platz da, lass mich rein, ich will den Playboy. Auch nicht so erotisch. Sehen wir uns doch kurz mal an. November 67. 60 Center Playboy. So, und hier war irgendwo noch was Blaues. Genau, da unten. Ich muss es einfach sammeln. Ich muss es einfach sammeln. Irgendwie habe ich hier... Will ich es einfach. Ich will es einfach. Ah, wie komme ich da hoch? Das ist die Frage aller Fragen. Muss ich da rein? Ich hoffe, es ist niemand zu Hause. Was haben wir denn da? Ah, ein Hot Rod. Wie findet ihr das eigentlich immer? Muss dieses Sammelzeug sein in so einem Open World spielen oder nicht? Ich finde jetzt fast, dass es schon wieder eine Spur zu viel ist jetzt. Ich meine, wir haben die Playboys, dann diese Hot Rod Magazine, diese Bilder. Fast zu viel. Fast. Ja. Ich steh drauf. Ich steh drauf. Ich mag das Spiel. Kann ich eigentlich auch... Ja, kann ich. Was ist das denn eigentlich? Wie zeigt es mir irgendwas in Weiß an? Ah. Ich habe wieder so einen Telefonkasten. Okay. Das heißt, jetzt wird wieder so ein Teil da abgenommen. Das ist langsam los. Kann doch nicht einfach irgendein Arschloch hereinspazieren und unseren Scheiß total in die Grütze fahren lassen. Wir sind nicht besser. Also drei Stück brauche ich dann da pro... Pro Automaten. Sicherung. Sicherung. So, da. Best Oil. Es gibt also hier auch so Läden. Da können wir auch mal hingucken. Interessiert mich. Ich schätze mal diese Mission so wie jetzt. Wir sind wahrscheinlich jetzt einfach der Anfang. So lang bis die Mafia mal so ein bisschen auf mich aufmerksam wird. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja. So, hier haben wir irgendwo eine Sicherung. Die nehme ich natürlich wieder mit. Ist der denn allein? Nee, ist er nicht. Ist der denn allein? Nee, ist er nicht. Schwieriger wird's dann desto aktivieren. Ich hab's verstanden. Ist das so? Oh, da ist ein Playboy. Du wirst mir jetzt was von euren Dope-Deals erzählen. Der Bastard von Strecker, die im Hallo agieren. Meine Crew meldet sich. Nein, hör auf mit dem Scheiß. Verdammt merkwürdig. Und noch ein Playboy. So, den sehen wir uns noch an. Diesen letzten Playboy. Von 1964, da kostete er 75 Cent. Was für eine Preisschwankung. Tja, und mit diesem schönen Anblick verabschiede ich mich für heute. Danke fürs Zugucken und bis morgen bei Mafia 3.